hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen video es gibt heute einen haul und zwar über einfach sachen die ich mir in letzter zeit so neu angeschafft habe die ich euch jetzt so vielleicht noch gar nicht gezeigt habe also das sind alles so dinge ich bin gerade durch die wohnung gegangen in jedes einzelne zimmer gegangen und habe ich muss mich gerade eh noch mal umgucken habe einfach so geschaut was ist so die letzten wochen es ist nicht unbedingt jetzt so vom letzten monat sondern einfach die letzten wochen so neu dazugekommen das sind auch noch ein paar sachen von berlin mit dabei die ich euch da noch nicht gezeigt habe weil in meinen berlin vlogs habt ihr vielleicht mitbekommen habe ich die ersten tage immer abends noch so einen kleinen haul im hotelzimmer gemacht das habe ich mir dann auch irgendwie aufgehört und von daher sind noch ein paar sachen von denen ich sicher bin dass ich euch die noch nicht gezeigt habe ich würde sagen ich beginne als erstes mit vielleicht ein bisschen unspektakulär haarfarbe und zwar habe ich hier zweimal von l'oreal dialight die 10 12 ich habe ja geplant dass ich bald demnächst also ich bisschen warte ich noch meinen ansatz wieder machen werde aber dieses mal nicht komplett blondieren sondern ich möchte mit strähnen machen und möchte dann quasi versuchen den ansatz ein bisschen raus wachsen zu lassen und die strähnen helfen halt damit es ein bisschen verblendet aussieht dann komme ich als nächstes zu einem klamotten teil und zwar habe ich mir das in berlin gekauft das ist von pick and wait ein blazer ich werde ich den hier getragen einblenden den fand ich super schön weil das ist einfach wie so oder blazer das ist gar kein blazer eigentlich es ist halt irgendwie so ihr seht das so eine jacke so eine schwarze jacke mit schulterpolster ich liebe es und es ist so dass die seitlich diese goldenen knöpfe hat und die sieht halt einfach so ein bisschen die sieht schon sehr fett aus wie ich finde und ich hoffe ich sehe darin nicht fett aus aber normalerweise nicht ich sehe hier gerade ich gucke bei pick and wait nicht so auf die größen da nehme ich einfach es gibt eh keine größen eigentlich weil es sind alles so einzelteile und da habe ich jetzt größe 46 irgendwie komisch weil es passt finde ich sehr gut und ich finde es eigentlich cool wenn es so ein bisschen oversize ausfällt ich habe bisher noch nie auf die größe hier geguckt aber die sachen sind als einzelstücke von daher man nimmt die und da guckt man nicht nach größen man schaut ob es dann passt dann machen wir mit diesen beiden sachen hier weiter auch beides in berlin gekauft ich habe hier einen puder von fenty beauty das ist der ganz normale profilter mini instant retouch setting powder in der farbe banana und ich habe mir den bei sephora geholt für ungefähr 16 17 euro weil ich habe so geglänzt an diesem tag und es war schon so später nachmittag und ich habe mich so unwohl gefühlt und ich hatte keinen puder dabei und dann bin ich zu sephora und habe mir den hier in klein geholt ich habe schon überlegt nehme ich ihn in groß da hätte der irgendwie 30 euro gekostet 33 aber ich wusste halt nicht mag ich den jetzt bereue ich dass ich ihn nicht direkt in groß geholt habe wobei ich sagen muss ich benutze den jeden tag und der sieht immer noch drei viertel voll aus von daher der hält super lange und oh mein gott das ist wirklich bisher also keine ahnung ist es das beste bruder was ich bisher hatte ich finde das macht so ein samtiges gefühl auf der haut und ich finde auch dass wenn man den öfter am tag benutzt zum beispiel dass ich in der arbeit den dabei habe und ich pudere noch mal nach das wird aber nicht so cake geht es wird nicht hässlich das sieht immer schön aus man sieht hat dann wieder richtig frisch aus und dann habe ich hier noch ein highlighter den ich auch gerade trage vielleicht kann man das ja doch sieht man sehr sehr schön der ist von kiko und das ist glaube ich so eine limited edition und zwar unexpected paradise highlighter ane ja genau der heißt unexpected paradise highlighter und das ist die farbe light of winis also nummer 01 der hellste und der ist wirklich richtig schön da braucht man auch so wenig weil er wirklich seht ihr dann komme ich auch schon wieder zu einem kleidungsstück und zwar noch mal aus berlin und zwar diese jacke ich habe euch die schon mal auf instagram gezeigt und die habe ich bei humana gefunden wobei ich als sagen muss wie gesagt mit so vintage sachen solche teile kann man da überall finden nur die gibt es dann halt immer nur einmal ich weiß auch gar nicht die größe größe hier 36-10 keine ahnung dann komme ich noch mal zu zwei sachen für den körper einmal habe ich hier von the body shop die den moringa body joghurt und wie lange schaue ich mir schon diese joghurt an diese body joghurt von body shop und immer bin ich zu geizig dafür die mir zu holen und gerade diese moringa duft ist so so angenehm wow ich liebe das und das benutze ich derzeit zum ein cremen also ich habe so viel eigentlich nicht viele ich habe ein paar body lotions ich bin nicht mehr so wie früher habe ich mir öfter bei bei dm von balea so eine body lotion geholt weil die gut troch und entstand die darum und ich habe es nicht benutzt jetzt habe ich welche von douglas von bellavia und diese hier von body shop und hier muss ich sagen es ist halt eine von vier genau vier stück vier body lotions habe ich derzeit und das soll eine davon die ich dann immer her nehme je nachdem auf welchen duft ich halt gerade lust habe aber die ist zurzeit echt so eine meiner lieblinge und dann habe ich neue post bekommen von bella via und zwar ist das hier das avocado refresh body scrub und um ich mag keine avocados aber alles was nach avocados duftet mag ich schon und hier haben wir ein scrub dann habe ich noch das hier das habe ich euch ja schon gezeigt dass es von labios tätig also falls ihr den vlog gesehen habt von labios tätig aktivieren das aktivierende wachstums lotion das ist ich zeige euch das mal ausgepackt das habe ich letztes nämlich nicht gezeigt das ist so eine flasche und die hat hier oben so eine riesen pipette und das ist quasi so eine lotion die man sich auf die kopfhaut aufträgt und dann halt einmassieren muss und das aktiviert dann diese haa bildenden zellen so dass die haare schneller wachsen ich kann natürlich noch kein ergebnis dazu sagen weil ich bis dato einmal verwendet habe aber wir werden sehen dann würde ich sagen machen wir wieder mit einem kleidungsstück weiter und zwar habe ich hier noch eine hose und zwar ich zeige es euch am besten angezogen die habe ich mir die habe ich jetzt schon ein bisschen länger die hatte ich auch in berlin mit dabei und zwar von mango es ist so eine mom jeans also die ist richtig die ihr seht dass sie so richtig schön fett und schön highways geschnitten ich habe hier größe 36 und das modell nennt sich regina falls das irgendjemandem von euch dann weiterhilft falls ihr euch die auch holen wollt aber die ist auch so seht ihr die ist so nicht so steif ich finde manche jeanshosen die werden dann so steif und dies so richtig schön locker dann habe ich mir in berlin bzw max hat mir den gekauft den haben wir bei talia gefunden und zwar ein baby joda hat max mir geschenkt und hier habe ich noch was bisschen random keine ordnung ich dachte mir ist es neu ich zeige es euch es ist eine externe festplatte also darauf kann man halt seine daten speichern und hier ist auch sogar noch es ist ein terabyte und hier ist sogar noch ein kleiner usb stick dabei mit 32 gigabyte weil ich brauche halt einfach das für manchmal ist teilweise mein alter laptop ist schon so voll mit videos dass ich schon keinen platz mehr habe und das obwohl ich echt viel auch aussortiere immer so wenn flog geschnitten ist dann lösche ich eigentlich die daten immer direkt aber trotzdem ist schon so alles voll und bevor ich den neuen wieder so zu mülle dachte ich mir habe ich das alles hier drauf und das habe ich bei saturn gekauft und dann kommen wir wieder zu einem kleidungsstück ich mache immer so einen kleinen wechsel und zwar dieses t-shirt hier das ist merch von lady gaga und das habe ich mir beim merch bar bestellt gibt es aber auch im lady gaga shop und so weiter und das habe ich im ende mai bestellt und jetzt ist es ist im august angekommen das ist wirklich das hat so drei monate hat es jetzt gedauert und das ding ist ich habe das für mich bestellen größe es und für max und das wurde in zwei paketen losgeschickt und meins ist halt jetzt hier nur das von max ist immer noch nicht hier und das ist dann habe ich noch zwei hosen und zwar zwei schwarze hosen da würde ich sagen blende ich euch einfach auch wieder ein wie ich die trage ich habe einmal hier eine hose von new yorker sind beide haben hier habe ich noch den preis die hat 19,99 gekostet und die andere auch die die ihr hier seht habe ich in größe 36 gekauft und die hat hier an den seiten so taschen dran fand ich ganz cool das sind auch richtige taschen also so zum reinfassen dann hier vorne ist eben so eine schleife da kann man die auch enger machen und grundsätzlich finde ich das super praktisch mit gummizug und ich finde trotzdem machen die hosen was her das fand ich ganz cool deshalb habe ich die gekauft weil das ist bequem mit gummizug zum schnüren bequemer stoff aber irgendwie schick irgendwie schön und für die arbeit das ist halt immer so mein gedanke für die arbeit und dann habe ich noch eine die trage ich hier gerade schon die zeige ich euch auch hier noch eingeblendet eigentlich so komplett das gleiche modell ein bisschen enger geschnitten vielleicht hier habe ich größe 34 genommen weil die sagen irgendwie sie sagen wie größe aus und passt auch perfekt und hier haben wir auch wieder einen vorne diese schleife zum schnüren nur die hat halt keine taschen und dann zeige ich euch noch das hier ich war bei talia und hat mir dabei auch geholt da hat mich nicole so ein bisschen angesteckt bei ihr zu hause und ich liebe so weiter auch geruch also ich mag das ich war früher auch bei uns nennt man das ministrant also tatsächlich war ich das und ich mochte diesen geruch von weiter auch immer schon sehr sehr gerne und ich habe mir hier so ein kleines räucherdings hier geholt ich habe hier einmal rein und klar und schutzengel schutzengel ist nämlich mit lavendel also das ist ein feinaromatischer balsamische duft und dann habe ich hier noch einen den rein und klar den hatte ich letztens glaube ich schon mal angemacht der war der ist ja fichtenharz zeder wacholderbeeren das ist ein würzig reiner waldiger duft den schutzengel hier habe ich noch nicht ausprobiert mit lavendel aber den hier und den fand ich ein bisschen der hat ein bisschen kokelig geschmeckt gerochen wir sagen in bayern immer geschmeckt und natürlich durfte der hier neu einziehen der baby judo den hat max mir aus berlin mitgenommen weil der ist noch ein bisschen länger geblieben als ich und er hat den im kdw gefunden wir waren im kdw aber wir haben nur in der harry potter abteilung geguckt und nicht weiter und dann hat er den im kdw gefunden und oh mein gott hätte ich den im kdw gefunden ich hätte geweint weil der so süß ist und er hat mir dann bild geschickt und ich so oh mein gott ich brauche den und den gibt es aber auch bei amazon also ihr müsst eigentlich nur irgendwas mit mandalorian the child eingeben dann kommt er eigentlich auch der sitzt da in so einem kleinen raumschiff drin und das ist quasi die verpackung und der kostet bei amazon sogar weniger bei amazon kostet der 31 99 und im kdw hat er irgendwie 40 oder so gekostet ich kann mal gucken und euch die sachen so gut es geht unten verlinken dann kann ich euch den hier auch unten verlinken und dann war es jetzt eigentlich auch schon mit diesem haul ich hoffe sehr dass euch das in der art gefallen hat ich werde mir auf jeden fall demnächst wenn ich etwas kaufe das direkt notieren damit ich dann vielleicht am ende des monats immer so einen kleinen haul machen kann was ich mir so in letzter zeit quasi neu gekauft habe und dann kann ich euch das immer in einem video zeigen baby schreibt mir gerne eure meinung in die kommentare was davon habt ihr auch was würdet ihr euch auch davon holen was hättet ihr gerne was hat euch am besten gefallen wie auch immer und ja dann sage ich an der stelle vielen dank fürs einschalten hoffentlich auch wieder bis zum nächsten mal und ciao 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 baby ciao ciao